Ja, ich habe gerade bei Danken so geil gelegt. Ich hatte gerade, also ich hatte wirklich, die ersten zwei Bosse, hier Rand Sturmweber und Justizia Thomas lang, hatte ich halt wirklich so einen Ping, zweieinhalb K, also es liegt im Endeffekt darauf hinaus, ich habe nicht gesehen, was ich angegriffen habe, wie ich angegriffen habe, oder irgendwas in diese Richtung. Es waren nur irgendwann die Gegner halt tot. Du musst es dir vorstellen. Sag, oder? Was? H1 Stunde 2 gefällt? Ja. Ja. Wir hatten letztens im Veil eine geile Sache. Wir so, so ein Gegner und ich stehe daneben und droppe DWG und er kriegt keinen Damage. Ich meine, dass die normale Elfers-Positionen so erschoben stehen, ist ja okay, aber du kennst die DWG-Range. Als er von DWG keinen Schaden bekommt, dann muss er schon am Arsch der Welt stehen. Carsten einfach mal, ähm, also er cast, ich sag ihm jetzt nochmal Geisterriss drauf, Carsten, ich guck mal, wo der Gegner steht, wo der Geisterriss hochkommt. Alter, der stand einen halben Kilometer weit weg. Also einer von den Buggys, der stand, wenn man ein Geisterriss trauen durfte, ähm, mitten im Gardenpole. Bist du da? Soll ich jetzt mal zurückschreiben? Nein? 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 Nein?